Level-Dry! Sand Canyon! Yes! Oh, sie ist mordzig! Hast du die gerade angeschlappert? Herrlich! Tulpe? Nicht kaputt machen! Du willst mich verarschen! Pilzi? Die muss auf jeden Fall kaputt machen! Feuer? Danke! Pilzi? So! Weißt du auch? Was fragst du mich an die ganze Zeit mit Schwarzen? Du musst schneller antworten, na saug die Pflanze ein und hast die Pflanze kaputt gepält. Willst du auch Feuer? Ja! Da hast du schon wieder irgendwas ausgeatmet und das Schwein gab, dass da irgendwie der Steinboden noch... Nein, das war geplant! Ja, natürlich! Ich wusste, dass er da ausatmet! Du musst die Bume noch kaputt machen! Ich glaub, die soll echt nicht kaputt machen! Okay! Ich glaub, das Ding ist sowieso viel gegessen! Au! Wahrscheinlich! Gas, Gas, Gas! Gas, Gas, Gas! Ich will ihn haben, ich will ihn haben, ich will ihn haben! Meine, 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 meine! Du machst ihn doch jetzt bloß kaputt! Sorry! Äh, was? Okay! Okay! Ist dann... Okay! Der illusive Hase! Illusiver Hase! Möchtest du hier? Ich möchte mal... Der war mir nicht so gut! Der ist mit Feuer nicht schlecht, man ist richtig hoch! Aber wir haben den Piepen als... Ist der Piepen als mit Feuer dann besser? Ja! Weiß noch hier! Pass auf! Ach so! Ne, dann finde ich tatsächlich ihn geiler hier mit Feuer! Echt? Na, 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 na! Okay, der macht so'n... Ka-blast! Ja, aber den Fuhl konnte so werfen! Soll ich dir ja... Phoenix! Wow! Oh! Oh, shit! Mö! Ach, ja! Ist der gerade zu Marie gelaufen? Würde ich nicht machen! Oh! Wolltest du mich da Schaden erleiden sehen? Nein, eigentlich nicht! Was willst du denn... Wir haben noch vor der Lebensenergie! Na und? Wer ist nach unten mit dem Scheiß? Oh nein! Ja! Möchtest du Feuer haben? Ja! Klasse, gell! Du so landen auch immer ausatmen, das wäre jetzt nicht jedes Mal! Ausatmen wollen! Da hab ich's gewusst! Natürlich! Oh, aber... Pisschen! Oh, das ist jetzt hier richtig heiß! Nö! Was? Möchtest du Stein haben? Da ist mir zu sehen, Stein! Mach's gut! Möchtest du Elektron haben? Hey! Genau! Ruhle einfach runter! Da hab ich mir doch runterkollern! Was bitte was? Wolltest du doch nur runterkollern! Ja dann, cooler! Boom! Boom! Uh! Was zum Henker! Caveman! Wird kaputt gemacht! Wird kaputt gemacht! Oh! Oder nur ein Dino oder? Alter! Ich dachte, der ist ein Flugdino! Ich glaub, das ist irgendwie auch ein Besen! Was ist mit einem Besen? Ich sag, der Flugdino gibt einen Besen! Echt? Weiß ich nicht! Vermutlich! Fert's ausprobieren! Glaub ich nicht! Na, probier! Ich warte hier! Vergiss nicht, ihn anzuatmen jetzt! Jaaa! Meine Frisse! Ah! Egal jetzt! Ich muss dich direkt auf den Gegner! Danke! Hm? Ich muss dich direkt auf den Gegner abgesetzt! Du musst dich bei Nintendo beschweren! Nicht bei mir! Doch, weil du so weit vorn läufst! Dann muss dich bei dir beschweren! Nicht bei mir! Du kommst dir rechtzeitig nach! Das ist das Problem! Ne? Wie gesagt, Zeit! Wir haben die Saison nur noch 17 Sekunden! Dann muss das Level zu Ende sein! Ich glaube nicht! Ah! Ach Gott! So 20 Kil... Schmanz! Ach! Das Ausatmen? Das macht er wie so ein Baseball... Schlägt dir das zurück! So, Pilzi! Weil wir wahrscheinlich alle Blumen außer den Pilz platt treten sollen! Ich hab keine Ahnung! So, an sich möchten wir das vorletzte haben, ne? Ja! Oh! Wir sind beide drauf gelandet! Wir sind schon mal! Was ist das denn? Stoff war gut! Ja, nein! Also wir hätten auch einer was anderes machen können! Ja, das stimmt natürlich! Aber was soll's! Möchtest du eine Schaufel haben? Ja! Wahrscheinlich wieder nichts! Ist nichts! Ich dachte, weil da unten ist so Sand, dass man das ausgraben kann! Hm! Vielleicht kann man das wegfegen! Was? Nein! 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 Ich will es mal ausmachen! Die Emelie! Katze! Katze! Hexe! Au! Du sitzt auf mich geschossen, du Schmorg! Äh, den Sand kann man nicht wegfegen! Okay! Dann nicht! Du wirst aber langsam auf dem Sand! Das nervt schon mal! Au! Pass auf! Ich rette dich! Du möchtest du Feuer haben? Nein! Du willst den scheiß Besen behalten? Natürlich! Besen! Wodurch? Ich hab keine Ahnung! Möchtest du? Äh... Was war denn der Piepmatz mit dem Feuer? Interessant! Na komm! Nämlich dann! Genau! Du kannst damit weiter charten! Und... Weißt du, was dich jetzt richtig nerven wird? Ich weiß es jetzt schon! Gas Gas! Ich glaub ein Speedrun besteht echt nur daraus den ersten... Ich glaub du gehst nicht, wenn du zu weit nach vorne läufst! Echt? Da bin ich ja auch halb instant gestorben! Oh! Er schafft nicht! Äh, ich glaub ein Speedrun bei dem Spiel besteht mit Sicherheit daraus diesen ersten Vogel den es gibt zu greifen und dann bis zum Ende des Spiels zu behalten, wa? Komm nicht so schnell, Mann! Was ist der von Schadenkrieg? Wieso kannst du das von... Ich versteh das nicht! Das ist doof! Lachen wir jetzt nochmal nach vorne! Okay, ich glaub aber... Ja... Ich komm nicht so schnell vorwärts in dem Scheiß! Au! Nee! Da hast du jetzt keinen Schaden durchgekriegt! Da hab ich eben euch das von mir gekillt! Instant! Ich hatte volles Leben und dann einfach weg! War das hier irgendwas anderes? Ja, das muss ich dich haben da drin! So! Also such, such die anderen Türen dazu! Okay, ich glaub eine Wille vor uns gewesen, haben wir schon verpasst, wahrscheinlich hinter uns jetzt! Ne, es muss ja hier rechts und links sein! Komm hier haben wir rein? Ich mach's hier noch um? Wie soll ich da hinkommen? Au! So sterben wir übrigens gleich! Komm, man hat... Nein, ich wollte nicht... Hm... Zurück, zurück, zurück! Du weißt, wenn du mir mal rausgeklappt hast, irgendwann? Nee, ja genau! Ich wollte hier versuchen... Das müssen wir hier durchgehen dann, oder was? Nein, es geht einfach nach vorne und irgendwas an der Tür! Aha! Zeig doch! Irgendwas an der Tür! Genau! Du brauchst weit nach vorne laufen! Doch, das muss irgendwie hier sein! Das ist schon logisch gemacht hier beim... beim Kirby man! Nein! Das ist... Hier ist der Vogel jetzt Mist! Gib mir den Druck! Ah! Das ist... Mist! Oh, du kannst gehen noch rüber fliegen und dann! Das ist ja nicht schlecht! Das... Das find ich geil! Alles gleich hat der Stachel auch gemacht, oder nicht? Äh... Ja, aber ich glaub nicht so weit, oder? Und das sieht geiler aus! Das lässt sich wie was von einer fliegenden Gewitterwolke, wenn du so möchtest! Ich war für die Tür so blöd! Möchtest du noch einen Besen haben? Noch ein... Jaaaaaaah! Lass ich kurz nachdenken! Ja! 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 Ich glaub ich ja schon mal was bekommen! Vielleicht hätt mir den... Dein Besen haben müssen! Ne... Das hat doch einmal geklingelt, oder? Whose... Ich muss mich hier nochmal finden, oder so? Oh ja, geht das wieder los? Ich glaub wir entwiesen müssen! Ich glaub wir hätten ein Besen... Ich glaube, wir hätten ein Besen gebraucht, ich hab dir ein Angebot... und ist wieder noch bei seinem halben lebenspunkt ja du hörst es klingeln hier oben noch was ihren scheiß stehen ja das leben also nützliches teil von dem leben aber nicht so ein magic zauberstab haben die schon aber dann möchte über den die zauberstab und das einfach heute laufen das einfach zu ändern die die ich dachte ich bin so schnell mit dem vogel in solchen kleinen bereichen ist ja nicht so gut außerdem will ich mir so wenig lebensnäge nicht so viel machen warum machst du denn nichts kaputt vor mir du musst du reingeflogen du hast mich eingesaugt tschuldigung jetzt soll sich die fahrt dass sie auch die käfer für dich ist den aus wie kleine schwarze blobs wie mini ist von dir nein ja noch gar keine augen auch durch die augen käfer ist ein käfer und ich glaube auch im mund oder käfer entschuldige also bist du auch ein käfer oder was ich bin blau süßer blog da kriegst du ein t-shirt mit ich bin ein süßer blog ich bin ich fertig bin nur kuschelig so gesehen ich habe die türe gefressen was nichts macht von mir jetzt ich mach mal den fußboden weg hier bogen dass man auf dem sand nicht mehr laufen kann und mich wahnsinnig kann man den boden auf weg machen hier nein die meda momate wir sind voll macht keinen sinn ich wusste ich kann jetzt um die meda momate ja hätten sie mal ein gesammelt ich bei dem buch aber wenn du brauchst nicht mehr ich habe hinterher ist aber auch unten jetzt will ich runter nicht mehr zu sein das mit lebenspunkte ich meine ja ist hier was geiles unten drin bestimmt da ist auf jeden fall die die können hier rausspringen alle die flasche von gini gefressen die finde ich witzig danke was noch mitspielen was die pause haben ich komme gerade auch nicht mehr rein jetzt okay geht also nicht mehr so mund habe was soll denn der quatsch fliegt man ständig in den markt ich dachte du machst es mit absicht nee aber ich will endlich diese scheiß hallo du hast wieder kein wesen dabei ich will endlich diese sandlevel hinter mir lassen die sind ja echt nervig die fahrung so langsam ist okay ich gehe das mal ab pass auf ich möchte mich der momate habe ich hätte das mal ab ich habe langsam so ein bisschen gefühl dafür ich weiß ich war knapp war schon häufiger gehabt mit diesem einer nehmen das ist eigentlich das ist die kritik weiterverachteten stern oder schlimmer in grau ist nichts das lesen punkt aber ich habe auch eben die wiesen knochenhelm verdammte arzt und ich hier runter kann man hier runter runter mit dem wesen haben wir gebraucht mit dem dommering haben nein ich habe wiesen das auch nicht perfekt wegen das ist doch scheiße ich bin weg sich scheiße muss ich das zensieren was ich habe verstanden ich f c k in weg ich habe wegen gesagt du wirst schon wissen was mit den liga machst ja fliegen ja macht das mal steinig der knochen ist war jetzt auch ein bummerang so blöden wir sind wir sind die platz mitnehmen ich bin für so das team und das jetzt direkt darauf ein besen mit ihr okay gut was wollten wir nicht was wir hier noch drin gewesen findet hier sie okay genau das ist ein wasser riefen das fand ich ganz gut bis ich die mitte noch mal gucken der andere hat der grüne vogel immer diese fähigkeit dass du bist jetzt jedes mal zufällig den besen drin wenn wir den grünen vogel hat du bist jetzt immer die riesen traurig ich vergissen jetzt bewegt dass ich auch okay was ist das ich kriege ich den krebs habe ich jetzt alter ich will das ding gießen hier machst du mein ich bin immer so weit vorläuft ich musste da wechselt sich schaden kriegst du nase ok wieder zurückgehen jetzt kommt es mich mal zu wollen ja du hast da drüben noch ein vergessen macht doch mal deinen job man ich bin für mich auf das die gewissen siehst du es wird irgendwann aufzutanzen schluss vom halben lebenspunkt vielleicht muss ich es mehr gießen also ich kann noch krank äh krebs du musst es gar nicht ich kann einfach gegenlaufen und schulden das aktion so jetzt komm her du scheiß ding keine zeit keine zeit ich wollte nicht mehr auf dieser welt fehlt da noch ein verb sein zum beispiel oder so nein ich wollte nicht mehr auf dieser welt ok au au was also ich kann nichts mehr sehen und der kipps greift mich an ich dass der screen nur auf dich zentriert ist das ist echt doof lass dir doch nicht von so einem krebs verarschen manchmal erbt mich dass das ich irgendwie nicht so weit vorne rechts was sehen kann wenn du so weit hinten bist wieso ich kann halt komplett auslaufen das ist eine fähigkeit das ist eine echte tür ist das ich kriege das schaden lava einfach laufen einfach laufen wird hier fertig jetzt vorher haben ich hab schon vorher jetzt noch mal feuer haben ich bin nicht überall gegen okay wenn wir gehen die lava gegen kommt dann macht das schaden nein ey das muss man erstmal ausprobieren natürlich macht lava schaden ja macht feuer schaden ich würde ich in jedem video spielt zuerst aus mehrmals macht übrigens immer noch schaden die dame hätte ich nicht erwartet ne schön dass wir es ausprobiert haben ein traum oh was ist was ist ne äh verkackt ach ne spiel oh was okay 5 ich glaube auch oder wollen wir irgendwas anderes nehmen ich nehme jetzt mal 6 ich weiß nicht ob das gut ist siehst du wir gehen trotzdem den punkt okay ich glaube wo es sicher ist dann müssen wir nicht ich habe am ersten mal tatsächlich hauptsächlich auf ihn geachtet dachte man muss ich mir jetzt rot merken oder was rot in die fresse gekriegt hat 5 ja ich gehe trotzdem 6 nein ich gehe 5 dieses nachziehen ey der letzte ziel konntest du vor diesem spiel bis 15 ich nicht ich dachte es geht über 4 ich hätte durchboosten ja ich kann durchboosten ein traum was macht das mal vorher mit feuer bekämpfen ja mich der flug und geküsst das ist ein flug und das ist eine fehler maus natürlich natürlich sagt er was immer noch ist ihr immer noch immer noch ane ich muss panik habe ich bin fast tot was auch alles platten mussten ich kann nicht springen ist ein scheiß doch dann war ich auch zu tun ich wusste die ganzen ich mache es mal bitte da ist ein deutliches körpital was ist das das ist das hässlich und komisch was ist eigentlich ich will jetzt in der herr übrigens ja wenn es noch da ist ich habe gar nicht raus das tanzt damit ja auch muschelding ich habe schon bekommen warum ich sehe es auch noch offen ist schon etwas reingerannt hier raus weil ich sie konnte ich darf nicht hoch warum tanzt denn das biester ist ich glaube ich bin mal hin ich glaube du kannst dich erschaffen also wenn ja aber dass mich kennen das ist auch von ihr bitte ok wird man jetzt abgezogen ok das ist interessant zu lösen möchten schön natürlich steinlinger blog das nicht doch vorgehen gehen hier vor nicht sagen machen ich doch als schwere so hektisch und entspannt ich doch immer nie erklären was los ist nicht glücklich doch ist er ist glücklich wenn er mich sieht ist immer glücklich stimmen sie wie dir mit der momate halte ich fest naja ist nicht schlecht ein traum sie was mich raten was aufs leben gezielt ja 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 Bis zum nächsten Mal.